Schildert die Hino-Situation! Können sie uns abholen? Nicht im Ernst, oder? Ey, ich wollte dir schnell weg, jetzt kommt gleich der Wellungsdienst! Im Ernst! Ja, komm, wir sind weg hier! Schau dir weg hier! Weg hier! Weg hier! Schreib mal im Chat, wo er bekommt man, Hacky, Handy-Aufladung! Ja, 24-7! Sicher Shop! Ganz sicher! Wirklich sicher? Wirklich ganz sicher, wir wissen es weiter! Hat der Not, oder? Scheiße! Jetzt kommt der nicht rein! Der sieht übrigens, wo du bist! Oh, verdammt! Als vermutlich mal! Schnell weg hier! Der sieht, wo du bist, du kannst dich abhauen! Wenn er da da ist! Wir haben so ein Problem! Ich wollte... Taxi rufen, aber es ist kein Taxifahrer online! Können sie uns fahren! Du willst jemand ärgern, schlecht! Oh, fuck! Du willst jemand ärgern, schlecht! Oh, fuck! Oh, fuck! Bart? Superты! 8 3 BK er hat ihr wer da kommt ab er hat der Gäber schnell vier zu sich sieben schafft Prozent 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 Wetter wird es übrigens töten das hat oder das auch zu machen Prozent das war jetzt auch noch gebannt sie wo man sich das hat für die Idee für uns hat er auf dem Haus zu verstanden so einfach unterzubauen wirtschaften zu gewährleisten hat das Teil der Klappe der Wartel wieder da steht er dann gut gut Lederfeld die einfach um die Petsch gut das finde ich so geiler deshalb will du kannst eh nicht viel machen Oha habe ich gesehen ich bin bei dem Kuh Schnelli er war etwas was passiert hier war eine Medi oder der Polizei seitdem die Gäste eine Taxi ruft EGT EGT es ist zu verwagt ich habe buch du kannst du das ausfüllen sie gibt es kein wenn die Aufladung als die Karte das kaufst du dir alles gar nichts au Niklas ist sicher dass du dich mit mir anlegen willst ja ich habe ich habe immerhin einen Schlagstoff du hast aber auch kaum Leben mehr hör auf jetzt hör auf rauf 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 jetzt ist bei der Stadt also dass wir jetzt im Handyladen B wenn die Latte sind denn für der Fortschule er er ist geschehen er er hat ein er ist aber es kräftet so dass ich wieder ähm ja es hat diese kräftige es hat mein Auto wurde abgeschleppt bei der Stadt geht auch vor dem Laden und mit das Auto oder abgeschleppt Fett Kiefer veröffentlicht feiner weil es ist schon geparkt weil es abgeschleppt verdammt was soll die Fahrschule ich das vergessen aber es ist ein Reichstag bei Busfahrer ich glaube es hat muss das kein Fahrer wo bist du gespawnt wenn du bist und wird es sonst ja ich hoffe ja alles dauert ewig bei der Runde auf Busfahrer Fahrzeugverkauf Banken Behörden war immer das offline Fahrschule Slash Service Prozent Kfz-Bellehert wurde geordnungsamtlicher war das Prozent der Rufen dazu alle dass sie wie zu fassen gefahren hier ist der Notruf dass er es verlassen das vergesse waren ihr Fahrzeug wir warten sie auf eine Wettmeldung Prozent war FPA erkennt Sodi Markello hatte Verwecher sie die Spritball Prozent auf jeden Fall als ich glaube aber nicht schon schon fast Ball hat die ja ich bin jetzt bei Markett der Börter über die großen Markett gewünscht da jetzt ist ich spielten alle müssen spätestens ich vielleicht erfüllen ich werde zwar Taxi O da steht ja ein Rettungswagen OO 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 an der Fahrschule verdammt ich werde auch einfach die Telefonzelle benutzen können die neben der Fahrschule stehen OO 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 so weit denken wir bloß nicht ich warte auf dich Alter was der Busfahrer das war voll in den Kattwort Röhrer Russerl verdammt jetzt kommt nicht dahinter denn über die die Wutel sie sich gelufen ich warte auf die Schöne ich bin da ist nicht spannend wir warten einfach tun nichts Gedanken wagen das ist doch sehr wahr wahre Schüler lieben aber nichts tun und warten er ist langweilig ach so und sie landen wagen wo ist der Gedanken wagen der ist gerade weggefahren also kommt wo ist der in die laden wo ist der in die laden wir wollten so wenn er sei dass er die laden ist Telefonzellen o wo sind die Telefonzelle 3 auch in die Funktion Zelle von Zelle anrufen anrufen 6 6 6 1 2 9 Alter warum weiß die immer noch spielerisch gewonnen okay es war nicht die Nummer Schleswig Liste Schleswig Fahrlehrer 6 6 6 2 1 9 anrufen um ein Bankkonto ich habe noch kein Bankkonto Sätze wie es war eingerichtet Automat du musst noch ein Pin festlegen Oh was nehme ich da 1 2 3 4 hey das will ich jetzt echt nehmen das habe ich gelaufen okay der Pin ist sowieso nur da damit was weiß ich was weiß ich Geld ab 21.400 bekommen Konto stand ja blablablabla deine Bank ich wollte jetzt 0 blablabla Geld Geld du hast jetzt 10.000 Euro von deinem Konto abgehoben hast du dir jetzt angewufen Ich dachte, du rufst an. Ich dachte, du rufst an. Ich dachte, du rufst an. Anrufen 666219. Spielrecht gefunden.